Kommst du? Will ja nicht alleine hin. Oh oh. Aber selbst die Störung ist ein bisschen doof, wenn der hier so nah an uns... Aua! Aua! Oh nein! Alter! Mach ihn kaputt! Mach ihn kaputt! Ich hab Angst, dass der mich mit in die Luft klagt. Mach ihn kaputt! Pass auf Riss! Ich warte, ich mach auch nichts. Zornig, zornig, schläf ich. Oh. Völlig okay. Okay. Völlig okay. Alles gut. Alles klar. Easy. Alles gut. Ich weiß nicht, was du hast. Ist doch alles super. 6 Punkte. Er hat mich nur einmal fast tot gebrutzelt, aber... Kann ich nicht heilen. Warum nicht? Weil du zu weit weg bist. Oh. Das Schlimmste weg? Aber der Party-Modus war echt enttäuschend. Ich dachte... Ich dachte, er würde jetzt voll Party machen. Warum hat man davon nichts gemerkt irgendwie? So, jetzt zerstör die Skelette. Oh, ich bin dran. Kannst du die Funkensprühe jetzt trotzdem teleportieren? Oh, ich bin total verlangsamt. Ich kann nichts machen. Ich habe keine Aktionspunkte. Oh. Das ist... Ja, ich will aber aus dem Feuer raus. Ja, rauslaufen solltest du schon. Na toll. Jetzt brenne ich noch mehr. Ich bin hier. 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 Was soll ich denn hier eigentlich? Kampf springt aus einer gefährlichen Situation. Tchuuu. Den brauche ich nicht. Wieso habe ich Dampfwolkenpfeile gekauft? Ich weiß nicht. Wieso sind das zwei verschiedene Slots? Wir können die elektrifizieren. Die Dampfwolken. Das ist schön für die Dampfwolken. Ja. Ich kann nicht an den Berg... Guck mal, ich kann ihn... Das ist so blöd. Eigentlich siehst du das, wenn das da abbreitet. Was kriegt das Schaden? Da habe ich mich auch gerade gefragt. Ach, der steht im Roboter. Das sind nur drei. Die haben wir doch kaputt jetzt. Ja. Ich muss mich nur mal ein bisschen heilen. Ist so doof, dass der Funkensprühe jetzt so ein Weg liegt. So ein bisschen. So. Dann... Äh. Moment. Das war falsch. Du bist meine persönliche Helge. Töte halt alles, was uns irgendwie... Was uns dazu... Guck mal, der tötet den gerade alleine hier. Ja. Die machen das schon. Wozu kämpfen? Die machen das. Ähm, ja. Ja. Alter, machen die Schaden. Hey, dafür habe ich daran gedacht, dass man Ahu fragen könnte. Ja, ich habe halt einfach nur nicht in diese doofe Lösung geglaubt. Das ist... Mann, jo. Ist das jetzt ein Böser? Ja. Okay. Wenn es kein Fleisch mehr auf dem Körper hat, ist es ein Böser. Ich sehe doch nichts. Die stehen alle in dem scheiß Funkensprüher drin. Oh, das macht aber... Ich stehe da auch noch. Macht das jetzt Auer auf alle? Ja. Die stehen da ja noch alle. Gute Ton. Okay. Die drei, die damit kämpfen, sind gut. Ja. Die können gerne immer mitkommen. Aber wenn sie sterben, ist das nicht schlimm. Ja. 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 Ich kann da nur zustimmen. Super. Ah, Stefan, wir müssen die Roboter noch so besiegen. Ne. Warum tötest du die nicht? Weil ich zu schwach bin. Ich kann halt nichts. Stirb. Stirb. Toll. Danke. Nächste bitte. Haben gewonnen. Yay. So gut. Ich kann aufsteigen? Ah ne, der Dings kann aufsteigen. Der Richard redet irgendwie mit mir. Warum auch immer mit mir? Warte, ich will erst aufsteigen. Was kriegt der denn hier, der Tristan? Der Tristan ist zu Nahkämpfer oder zu Stärke? Was kriegt der ein Waffe? Was brauche ich denn noch? Mehr Verteidigung. Schlösser knacken. Oder Schlösser knacken. Aber da braucht man eigentlich auch Geschicklichkeit für, oder? Wenn ich Schlösser knacken hochskille, ist Schlösser knacken gut? Ne, das skaliert aber auch mit der Geschicklichkeit. Was? Ein Bullshit? Also Taschendiebstahl auf jeden Fall. Ich weiß nicht wie es bei Schlösser knacken ist, aber Taschendiebstahl auf jeden Fall. Schuft, Pyrokinetik, Hexerei, Geomant. Das ist nur für die Fertigkeiten, die er lernen kann. Also für die Bücher. Die Bücher! So. Okay, kann ich jetzt lesen? Ja, lest du nur. Ich lute. Okay. Gott, was für ein Kampf. Ich hätte niemals gedacht, dass wir es schaffen würden. Und wir hätten es auch nicht geschafft, wenn ihr nicht rechtzeitig eingegriffen hättet. Nicht zu fassen, dass ihr uns alle gerettet habt. Es ist ein verdammt gutes Gefühl, am Leben zu sein. Danke, mein Freund. Wir gehen zurück, Neistice Seal, zur Kaserne der Legion. Ich für meinen Teil habe ein paar Verletzungen abbekommen und die Legionäre werden schon wissen, wie solche Wunden zu behandeln werden müssen. Okay. Das war jetzt ereignislos. Armer Tom, das wird Schaliner Herzen. Ich glaube, hier eine Leiche von denen ist Tom. Oh nein. Ähhh. Hier hat Gold. Tom? Tom? Der Knochen. Tom? Tom? Einen Zahn. Tom? Wo hast du denn Zahn her? Aus der Leiche. Ach, da liegt eine Leiche. Ich tue irgendwo noch eine Leiche. So, hier geht es weiter. Ähm. Hm. Die anderen sind jetzt abgehauen. Ja. Da ist das Erz hier? Nee. Hm. 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 Ich hoffe einfach mal, dass hier keine Gegner mehr kommen. Ja. Mausi? Yes. Hey, ihr seid doch einer von Dietmars Freunden. Was habt ihr Leute überhaupt mit diesem schicken Stab vor? Ja, Moin. Der Dietmar. Guck mal, hier. Hier schließt sich der Kreis aller Quests. Ja. Hier ist Ausgang. Sieht so zack aus. Hm. Blaupilze. So. Guck mal. 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 In der Welt. Ja klar. Das ist ein bisschen Wasser. Kilometer weit keine Gegner. Hier unten lang. Ich wette, hier oben sind jetzt Gegner. Hehe. Ich wette. Wenn du ein Näschen dafür hast. Doch ist es halt, das Näschen. Ja, aber das ist doch so doof, dass die Kamera dann immer so zurück geht und dann kann ich nicht nach vorne gucken. Jetzt habe ich ein Rad mitgenommen. Nee, kein Rad. Ein Rad, ja. und kein rad hier ein teleportierer da sollten wir zuerst mal hin rüstung stufe vier bringen jetzt nicht so viel der praktische leitfaden für abenteurer band sind oder aus dem wegpunkt ja bist du hin und lange räumen hier so ein paar kisten aus und die ist eine drohenei ist aber total und lang wer unten lang als ich gedacht hätte ich lute ja auch okay sind noch so nebenwege und dann gab es nicht um sternstaubkraut ich sehe dich da hinten auf nicht so weit und ist nämlich blut am strand ich sehe das schon blut ja ich sehe das schon von hier links am strand warte mal die waren ein rotes dings was war da rot keine ahnung die strömung ist zu stark hast doch alles gelootet auf dem weg weiß nicht kann sein dass ich ein paar sachen da oben gab es so viele wege weiß nicht ob ich an was vorbeigelaufen bin alles lang gehen hier ist blut meinst du ja hier ist eine kiste hier sind seeküsten sträuche stufe 6 cool kein bock weißt du ne reicht aber sind die ein level über uns was ist das eigentlich herausfordern voll gemein warum ist hier blut ich gehe nicht so weit ach so hier ist das hier ist scheinbar hier ist das ja ja aber äh wo ist der eingang und hier ist blut und ich suche loot ach so ich muss ja diese diese dings einsetzen die schriftrolle die ich da hab ja warte doch noch nicht ja ich warte du willst looten hier ja du läufst an allen vorbei was denn du kannst dich und jahren immer noch spielen ja aber ich will erst warten das ist ja eh nur so ein passiver skill also der bringt mir ja nichts sofort nur wenn ich halt neue fertigkeiten haben brauchen tuten muss da sind die fässer nicht weg da bin ich gar nicht lang gelaufen ich bin da überhaupt nicht lang gelaufen wo du bist ich bin am gleichen strand wo du bist du bist nach links gerannt von hier nein doch ich bin gleich sofort nach unten gegangen ich hab da nicht erkundet na aber nicht ach ok dann gehen wir erst erkunden ja klar erst erkunden ja falsch mit den nadeln guck mal das passt hier wieder nicht sie will was denn ich will jetzt wissen was das mit der eva maria ist ja dann gehen wir da nee jetzt gehen wir das liebbar machen jetzt bin ich schon hier rüber gelaufen jetzt machen wir das auch also sowas hey Dietmar äh immer der hauptheld angesprochen tut mir leid nicht zu näher und darfst den erleuchteten stören oh god ähm das ging jetzt schnell ja ich will nicht reden ich dachte wir könnten reden wir könnten noch ein bisschen schnacken Dietmar's strolch Dietmar's warm und rot warum Dietmar's strolch weil der am feuer steht kann ich Dietmar's strolch kann ich den aufs feuer so drauf ne das ist dauerlich au ist ganz schön geblutet ja war nicht so viel abgezogen hm ne hm ich kann halt nichts solange du tankst ist alles gut huch unsichtbar das ist gemein Dietmar oh ich seh ihn noch das ist gemein Dietmar aber wir können ihn nicht angreifen ne echt fies wo ist er hin wo ist er wo ist er wo ist er oh man bist du doof was denn bist du doof huch was hast du gemacht ich war langsam achso wenn es geklappt hat irgendwie nicht ähm no wieso kann ich nicht so weit schießen vielleicht hast du nur einen Kurzbuch ah ha 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 weißt ich bin so lustig war ein bisschen lustig ja ha ha hi hi ho ho okay er läuft an dem vorbei warum läuft er einfach an dem vorbei was soll das er hat ne Armbrust aua süß er hat mich verlangsamt vier runden lang krass du bist ganz schön mies von dir Dietmar Strolch Dietmar Strolch nicht zu sagen darf ah ja nö den treff ich nicht ob Susi auch irgendwo ist ha 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 ho 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 hi 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 Hallo, ich fand's lustig. Die, was sträulich. Mir ist warm. So. Ich weiß nicht, was das für einen Effekt hat. Ich kann, man kann ja nicht gucken. Aua. Als ich ihn. Der hat dich umzingelt. Teleportieren weg. Und einfach. Teleportieren auf den anderen Sträulich. Okay. Okay. Der friert und wenn die dann zusammen sind, ist ihm kalt. Äh, was? Soll ich jetzt Dietmar weg teleportieren oder lieber den Sträulich? Dietmar. Okay. Tristan ist im Weg. Wo willst du ihn denn inbringen? Ja, zu dem anderen. Ich hab ihn sogar noch getroffen. Ich hör das Dietmar vor Tristan. Ach nee, Tristan ist vorhin. Da ist jemand im Weg. Das ist ne Blue-Man-Group. Genau, die Blue-Man-Group ist im Weg. Sechs Punkte. Das heißt, ich kann einen Schritt nach links gehen. Geh einen Schritt nach links. Oh. Warum? Keine Ahnung. Aber ich glaub, Tristan hat Probleme. No, Tristan ist noch die beste. Aua. Gesundheit. Ja, jetzt noch. Jetzt nicht mehr. Ich kann ihm gleich noch Rüstung geben. Ich dachte, da passiert irgendwie was Schlimmes mit der Wolke. Sonst hätte ich mehr auf die geschossen. Warum kann ich nicht... Achso, zu weit weg. Das sind ein paar Meter, ja. Das ist kein Grund. Reicht einen Schritt? Nope. Geh weg. Geh weg, Zauber. Noch einen Schritt? Ja, mach ich doch. Aber das dauert immer so lang irgendwie. Kann ich... Kann ich jetzt? Ja, jetzt kann ich. Super. So. Wenn wir Dietmar zuerst hauen. Eigentlich sollten wir erst die Ads wegmachen. Immer erst die Ads. Ja. 73, 73, 66. Fehlt. Komm mal den. Ja, genau. Mach immer schön den. Immer Tristan. Boah, wie oft kann der denn angreifen? Ist ganz schön unfair. Kann ich jetzt mit... ...Nimmchen? Die Wolke anzünden. Du wolltest es tun. Ja, ich bin dabei. Aber ich bin... ...es weit weg. So. Haha. Oh Gott, das hatten wir auch noch nicht. Yes. Gewitterwolke. Gewitter? Nee. Guck mal, er ist auch gelähmt. Tristan ist leider auch gelähmt. Das sehe ich gerade. Okay. Ist ja so ein bisschen jeder gelähmt worden. Aber ich... Ich bin immer noch verlangsamt. Das ist mein Problem gerade. Schall den mal. Äh. Ja. Hast du eine Schriftrolle Lähmung halt? Du hast jetzt nicht mehr so viele Punkte, ne? Ähm. Schriftrolle des Arztes. Ja, die... Schwäche, Blindheit, Stummheit. Nee. Ich hatte mal eine... Nee, ich hätte eine kaufen können, die Lähmung halt. Hättest du. Mach dir ein Ziel immun, dagegen eingefroren zu werden? Ich mach dir ein Ziel immun gegen Strom. Ja, das ist halt immer vorher gebraucht. Ja, das ist jetzt ein bisschen zu spät. Ich kann noch einen, äh... Ich kann noch einen untoten Krieger beschwören. Ja, aber... Enough! Show your ugly faces now! Was? Ich beschwör den Krieger. Was ist gerade passiert? Er hat andere Sträuche geholt. Alter! Das war jetzt aber unfair. Ich beschwör mal einen Krieger, ne? Ja. Das sind ganz schön viele. Was sollen wir denn jetzt machen? Das ist zum... Und er hat sich geheilt, die Sau. Volle Pulle. Ach. Warum ist das jetzt alles so schwer? Mach doch mal auf damit. Das ist so schwer zu machen. Ich kann es nicht benutzen, weil ich verlangsamt bin. Mhhh... Müsst den einen Streuch töten. Was ist da gerade passiert? Au! Der hat einfach mal alle in die Luft gejagt. Cause why not? Hat der ein Feuerpfeil in die Wolke geschossen? Da war keine Wolke mehr eigentlich. Aber was ist da gerade passiert? Miese Sachen, miese Sachen. Lass Tristan! Oh nein. Er ist hocht. Er wird verbrennen. Oder auch nicht. Das bisschen Heilung ist, glaube ich, nicht genug. Boah! Verbrennung, vergiftet, gelähmt, Heilung, Konstitution verringert, verstärkt. Die Leiste ist voll, ey. Ich habe keinen... Mein Heizraum war es auf Cooldown. Und ich habe ihm keine Heiltränke gegeben. Was ist denn Dreck? Hm. Und er hat keine Fähigkeitenpunkte. Er kann nichts machen. Warum hat er überhaupt dran? Das wundert mich. Ich glaube, Jahan kann nochmal heilen. Ja. Aber... Was genug ist, weiß ich nicht. Ah. Sag noch bloß nicht, er kommt jetzt nicht ran. Hä? Hallo? Achso. Wow. Wenn du jetzt keinen Bösen heilst. Ist ja alles gut. Hallo. Kriege ich auch mal wieder Aktionspunkte wieder? Nein. Niemals wieder. Bin ich noch verlangsamt? Ja, immer noch, ey. Krass. Kann doch nicht mal Pfeil benutzen, weil ich nur fünf Punkte hab. Was ist denn ab? Toll. Geblockt. Yes. Yes, Cooldown. You can do it. You can do it. Survive. Oh, no. Nee, er ist tot. Er ist tot. Oder? Nee, er ist noch nicht tot. Er ist hingefallen. Er wird es gleich verbrennen, glaube ich. Oh, nein. Er brennt aber nicht mehr. Er ist aber noch vergiftet. Er hat noch 13, er hat 16 HP. Und das Gift macht nur sieben Schaden maximal. Aua. Ey, wir sind so tot. Nein. Interessant. Ich konnte doch nicht ahnen, dass da sowas Schreckliches bei rumkommt. Dieses Massaker. Was ist, was geht hier vor sich? Warum will der eigentlich nicht reden mit uns? Ich weiß nicht, ist ein Arschlauch. Oh, das ist ein Arschlauch. Komm schon, frier ein. Nie frieren die ein. Verlangsam ist auch gut. Oh, der mit seinen Kacktränken. Wie viele Tränke hat der denn noch? Ma. Ähm... Ist doch schön, wie der brennt die ganze Zeit. Ach, Giftresistenzdrank hat er getrunken. Okay. Keine Gesichtsexplome, weil er brennt. Oh. Toll. Ich hab nicht bedacht, dass das immer jeden trifft. Ach, jeden. So. Das ist der neue Tristan. Au. Der neue Tristan ist ganz schön, äh, ja, am Arsch irgendwie. Tschüss, Jahan. Na, schön mit dir. Ist bestimmt nicht meine Schuld, dass du gerade stirbst. Hallo? Äh. Äh. This game. This game. Dietmar ist too strong. Too strong. Too strong Dietmar. Nerf Dietmar. Der macht einfach 10.000 Leute zur Verstärkung. Der Schriftbruchschaden, aber... Ich weiß nicht, wenn man Dietmar zuerst angreift, ob dann alle aufhören. Das ist ja auch manchmal der Fall. Also nicht in dem Spiel, aber so nach Regelung des... Von Videospielen. Ist der Chef weg, haben die anderen auch keinen Bock mehr. Ja, vielleicht wenn man schnell genug tötet, vielleicht kommt er da nicht dazu, welche zu rufen. Aber... Äh. Da guck, der frisst Gutschaden. Ja. Bist du auch tot? Ja, das war meine Schuld. Ich weiß. Elektrozauber sollte man mit Bedacht einsetzen. Minimal. Ein bisschen vielleicht. Äh. Das heilt auch... Weißt du? Manchmal kommt's halt anders. Und dann denkt man sich... Ja, Elektrozauber. Mhm. Nein, jetzt bin ich tot. Das ging schnell. Oh. Dietmar ist voll die Sau. Natürlich kann er zu mir hinrennen und noch zweimal zuschlagen. Alter. Und Dietmar tötet mich jetzt. Piu, piu. Mist. Du musst doch mal versuchen, den Dietmar direkt killen. Hm, ich weiß nicht. Oder ist das gescriptet? Ja, es kann nicht sein, dass wenn das so viel Schaden hat, dass er dann... Aber... Dann müssen wir echt alles sofort reinjagen. Oh wei. Aber Lu sagte ja erst jetzt. Ja, das ist... Normalerweise macht man das ja auch so. Weil... Gründe. So, dann versuchen wir's jetzt noch mal. Okay. Dass der nicht mal mit sich reden lässt. Immer so ein bisschen. Warum das mit dem Helden kommt, weiß ich auch nicht. Weil ich bin ja dahin gegangen. Ja, verstehe ich auch nicht. Der Hauptheld. Ich dachte, wir werden hier gleichberechtigt. Ist das nicht in Ordnung? Echt zu weit weg? Hm. Dann... Dann mach ich jetzt... Besser wäre, wenn wir in sowas gleichzeitig reingehen. Synchron. Wie synchron? Ja, damit wir gleich die Höhe haben. Damit du nicht weiter hinten stehst oder ich weiter vorne. Hm. Weiter hinten. Warum schildest du? Weil... Ich dachte... Der muss doch immer... Der muss doch immer alles tanken. Deshalb dachte ich... Ich chill den mal. Ja, dann drück fertig. Ich hab gedacht, ich hätte schon fertig gedrückt. Entschuldigung. Das ist ein dick Move. Wenn du's regnen lässt, wird er da nicht nass und sichtbar? Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich mein, er macht doch seine Klamotten unsichtbar, also. Wie sagt er, dass er was anhat? Wird nicht. Vielleicht hat er das ausgezogen. Nackt die Blutma. Jetzt kann ich doch nichts machen. Ist doch kacke. Ist doch kacke. Ist doch kacke, Mister. Ich hab' ne Wolke gemacht. Ja. Kann ich elektrifizieren. Ja. Ich elektrifiziere gerne Wolken. Jetzt nicht mehr. Oh, ist rausgelaufen. Warum kräft ihr dich an? Der soll Christian angreifen. Wieso verlangsam wie mich immer? Gibt's da ne Schriftrolle gegen? Ich weiß nicht. Ich glaub' nicht. Kommt wie ein. Geht doch. Geh' ich mal. Wo ist Lucky Dietmar? Geh' ich nach vorne. Lucky Dietmar. Wo ist er? Natürlich hinter dir. Wo auch sonst. Klar. Versuch Dietmar ein zufrieden. Zu leben. Was auch immer. Solchen teleportieren. Aber nicht weit weg von mir. Oder nicht aus meiner Sicht. Oder sonst wohin. So, dass ich ihn nur angreifen kann. Oder am besten. So, dass der Bogen ihn erreicht. Und das Tristan ihn erreicht. Das wäre ideal. Okay. Soll ich ihn da so am Rand der Wolke? Ja. Ja. Guck bei mir halt. Kann man mit leben. Ja. Ich hab dich schon verstanden, oder meinst? Nur weil du die Wolke elektrifizieren willst. Ja, schon ein bisschen. Aber jetzt war ja Jahan eh schon dran, also. Geht das jetzt nicht mehr, aber naja. Was soll's. Steht was im Weg. Der ist doch so irre schnell, der Dietmar. Guck mal, wann der schon wieder dran ist. Wieso schon wieder? Der war doch erst. Wieso? Der ist nach unseren ersten beiden Zügen dran. Immer. Ja, aber der ist so schnell. Das ist nicht schnell. Schneller als du und Jahan. Ja gut, das schon. Aber so schnell. Aber der ist mega ultraschnell. Schnell. Schieß den ab. Irgendwas Bösem. Dass er nie wieder aufsteht. Chill mal. Wenn seine Mama ruft. Die Hose macht. Das ist ja gut. Nein, ist nicht gut. Sieht mal, ist ein Arschloch. Da kannst du eine ganz große Wolke machen. Ja. Der ist bestimmt gleich raus. Jawohl. Jawohl. Dann kriegst du noch meinen Rücken rein. Jo. Da freut sie sich voll. Ich kann ja nicht. Ich hab keinen elektrifiziert Zauber. Den hat nur, ähm... Der stirbt bald. Jetzt ruft er bestimmt gleich die Verstärkung. Ich will nicht. Wenn du dich in die Wolke stellst, kann ich... Egal, ich will ihn töten. Ist egal. Aber Tristan. Nein. Ah. Also drehe dich mal trotzdem auf die. Schlüfter seinen Trank. Aber vergiftet auch noch. Mach die Wolke. Mach die Wolke. Tristan schafft das. Ich bin sicher. Tristan schafft das. Ist der Idiot mir im Weg. Nennst du mich gerade Idiot? Nein. Ein Eingefrorene. Der Eingeborene. Der Eingefrorene. Nee, der Eingeborene. Nein. Fuck. Guck mal, Tristan steht da drin und, äh... Tristan ist voll OP. Tristan so. Denkt sich YOLO. Okay. Tristan ist echt voll OP gerade. Ich hab den gut geskillt. Oh. Äh, au, au. Schaut der mich. Oh. Nicht nett. Oh, der ist gelähmt. Das ist der, der, der Diet war leider nur nicht. Nee, der ist voll nicht gelähmt. Voll gar nicht. Oh. Kann ich in den vorbeischießen? Äh. Äh. Nee. Oh. Da hast du nicht aufgepasst. Verdammt. Ich will doch nur Dietmar treffen. Unterkühlt. Im Gewitter. Nicht, dass der sich eine Grippe holt. Machst dir Sorgen um Sachen? Nee. Ich will nur, dass er stirbt. Stirb. Ist mir egal, ob wir danach sterben. Ich will nur, dass er stirbt. Stirb. 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 Da habe ich nicht. Aber, äh. No. Nee, die sind irgendwie alle gelähmt. Nee, dann war der eine. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Die Ding ist zu hausend Tränke, weil Tristan die erst Tränke verloren hat. Und der Stab liegt hier. Der Stab vom Pergamon. Jetzt haben wir hier nur noch 10.000 Sträucher. aber der schlimmste ist weg er hat sich verkrüppelt das ist natürlich gut tristan das war klar ich finde es doof dass wenn die tod ist wir könnten jetzt fliehen aber dann haben wir da noch so ein das ist dann und wir haben nichts gewonnen starb nicht kriegen doch wir können reinschleichen ich glaube nicht dass wir das jetzt noch gewinnen werden weil die sind ganz schön krass drauf wird sie flüchten nee aber ja nie ja was nee aber ich glaube nicht dass wir es schaffen ich glaube nicht an uns jetzt habe ich auch noch meinen zug übersprungen weil es kann das ist ein paar aktionspunkte gespart ja ganz toll und ich treffe nicht das match so schön das match zu schön sagt er während ich hier verkloppt werden weil sterb und dass die armbrustschutz nicht sogar zielen das war schön mit dir ja es war mir eine ehre ist einfach zu viele ja sind es auch ja viele nicht sind kack starke ja und viele wir haben schon mal sieben skelette geschafft ja aber die waren level fünf und die sind level sechs wir sind auch ein level höher du kannst es nicht mehr vergleichen das level hat mir aber nichts gebracht weil du nicht geskillt hast auf was ja wie auf was dann musst du halt mal gucken ja ich kann doch nur auf diese fertigkeitsdinger skillen die mir nur was bringen wenn ich auch fertigkeitsbücher habe und ja ansonsten auf schleichen oder taschendiebstahl das bringt mir doch auch nichts wenn die beiden haupteile tot sind ist schon vorbei das ist krass so 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 Untertitelung des ZDF, 2020